Hallo, hier ist Gunnar Atscha, Kate Klein, hat einen Vorschlag im MPL Raum zu rappen, aber eben, ich weiss natürlich nicht ob er meint mit Jugger oder nicht, ich habe es ausprobiert, ohne Jugger komme ich nirgends hin, mit Jugger habe ich 18 Runden überlebt und die 19. nicht, also 19. angefangen, ich musste aber ein bisschen raus auch, es ist sehr schwierig, also MPL Raum ist hier drin, mit Quick Revive, also ich mache es mal zweierlei, mal eine so ohne Jugger, aber das überlebt man kaum und das Problem ist, ich glaube das ist ab 6. Runde so, kommen auch die Würmer da und die explodieren, es gibt auch Schaden von denen und ist man schnell am Boden. Auch wenn man hier rauf macht, von hier kommen ja alle hier rein und es ist schon, ich habe immer Probleme, ich weiss nicht, ich meine einfach, ich will euch sagen, was machbar ist und was nicht, also nicht, in meinen Augen, also nicht gross machbar ist, mal schauen, wie weit das ich komme ohne Jugger, gucken wir mal, ähm, und äh, es ist auch so, gewisse Leute, ähm, denken an, äh, denken an, äh, wie weit das ich komme, aber eben, ihr darf nicht vergessen, das ist ein Live-Kommentary, Live-Gameplay, ähm, ähm, boah, der hat gesessen, du, das ist nicht mein bestes Gameplay, oder, äh, darum, ich meine es einfach, ähm, dass ich hier, warte mal, etwa, etwa 43, 44 oder 45 geschafft hatte, so ungefähr, das war mein Business vor zwei Jahren, dann, äh, ich glaube, ich habe im Steam, habe ich, äh, Screenshots gemacht, also nicht immer, ich hatte auch dann vergessen, äh, ich muss rüber, muss rüber, wenn die hier aufmachen, bin ich am Arsch, okay, ich kann mal alles kaufen, jetzt könnt ihr mal schauen, wie das hart wird hier, ich muss einfach, so schnell wie möglich die wegbringen, wo hier kommen, und wenn man so macht, dass ich nicht raus darf, gut, jetzt mache ich es trotzdem, sonst muss man nur warten zu lange, das nervt nur etwas, äh, ich gehe wieder rein, fange hier drin an, eben hier muss ich dann, so rapen, ich kann, ich habe gemerkt, ich kann nicht so durch, weil wenn hier immer mehr reinkommen, komme ich nicht mehr hier durch, also was ich gemerkt habe, ist nur hier, ich kann es nur hier irgendwie, verzögern, und das Nachladen ist auch furzegal brutal, gut, ich muss natürlich auch, ähm, dass ich so weit gekommen bin, ich habe, ja, ich muss hier raus, um das mal auch zu holen, hier, ähm, ich habe auch, äh, gebancht, als ich auf 18, also 19 angefangen hatte, mit Jugger, äh, äh, mein erster Versuch, das ist jetzt mein erster Versuch, äh, ohne Jugger, weil ich wusste schon, es ist unglaublich schwierig hier drin, oh, wo ist der andere, äh, ja, ich muss an und raus die killen, oder, das ist ja Logo, jetzt kommen die, Wölfe, Hunde, was auch immer, muss man schauen, also, ich denke bei 10, wenn es jetzt das zweite Mal kommt, killt es mich, die sind hier schon, gehen ziemlich schnell kaputt, wow, wow, ja, ich bin jetzt schon kaputt gegangen, ey, ja, ich bin jetzt schon kaputt gegangen, ey, ich bin jetzt schon kaputt gegangen, ah, ich hab nicht getroffen, Pfeife, das ist schwierig ohne, boah, ich muss kurz holen, puuuh, hätte ich jetzt nicht gedacht, das war ziemlich schwach gewesen, dass mich jetzt die Hunde schon bei 5 gekillt haben, ah, das ist ein Jammer, aber eben, das ist halt so, da kann ich gar nichts mehr anfangen, ok, mal schauen, wie weit, muss die so, schnell wie möglich abknallen, oh, gut, bräuchte ich eigentlich nicht, hm, ah, kommen viele, Mann, da kommen, hey, gut, dass ich nicht nachladen muss, uh, das Glück, hey, das ist scheiss Glück, das kann ich nicht ausstehen, mit Glück weiterzukommen, das sei gar nicht, ob man es kann, oder nicht, aber das wisst ihr alles schon, was sag ich da Neues, ok, ja, 7, ja, ich denke, es ist bald fertig, vielleicht schaffe ich noch, darf ich es nicht holen, ha, 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 wär noch cool, oder, ja, es sind viele, ich denke schon, so seine Pfeifen, was steht der so blöd dort, Boah, Leute, mein Mann! Aaaaaaah Okay Uh! Uh! Okay Acht Jetzt nicht gedacht Aber ich denke jetzt schaffe ich es nicht mehr Acht Hmmmm Ich kann einfach Ich kann nicht ausweichen Das ist das wo klar ist Und ich muss nachladen Aaaaaaah Triffe Wow das Glück wieder Das ist auch nicht Schon wieder fertig Nein Ich muss hier noch zu Ich muss unbedingt zu machen Okay Schon zwei habe ich Schon zwei Bomben erreicht Die hilft natürlich unglaublich Oh Gut finde ich wenn man kauft muss man dich mehr nachladen Aaaaaaah Nein das letzte Mal hat mich auch wegen einem Hund erwischt Gehts noch? Oh 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 Wo ist er jetzt? Triff! 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 Uh! Mit der letzten Kugel gehts noch Weg 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 Nein 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 Die sind scheiss hart Die sind scheiss hart hey Der letzte Uuuuuh nice baby Ich habe sie überlebt Ah das wird vielleicht das letzte sein Zehn Ehm 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 Wenn man hier rapen will Nein erst bei Jetzt habe ich gesagt bei 6 Kommen die Viecher Das stimmt nicht Ich glaube jetzt kommen sie Ähm Schnell 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 Weg 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 Aaaaaaah Lass mal an Ich darf die einfach nicht rein Lassen Jetzt bin ich am Arsch Ah Ah Ja Ich darf mich nicht hinten lassen Das ist das Problem Drum wusste ich nicht wie weit das sie sind Und wie weit nicht Waaaaaah Ja weg Ok bis 10 Jetzt mach ich gleich nochmal sein Das von ich gedacht hatte Äh Dass ich auf 18 komme Also anfangs 19 Äh Da kann ich wenigstens ein bisschen rapen In drin Aber eben auch nicht allzu Äh Ist auch sehr schwierig Muss man schauen wieviel Glück das ich habe Jetzt hier habe ich recht glücklich gehabt Irgendwie Habe ich jetzt die richtige Entscheidung gemacht habe Jetzt dort Als ich fehlte Ich weiss nicht so genau Äh Situation ist einfach das Man muss die Zombie im kleinen Raum Äh wegdringen oder Und das kann man nur mit dem Jogger Weil sie dürfen Wenn man den Jogger nicht hat Dürfen sie ja nicht einschmieren Bei 8 oder so Äh In der ersten Runde können sie einmal Wie jetzt oder Erste vielleicht zweite Oder mit Glück Vielleicht auch dritte Runde Aber ich kann nicht mit Glück spielen Ähm Glück ist nichts für mich Schaut mal diesen Messerlunch Unglaublich weit Ähm Eben das was wichtig ist Man kann ja die Zombie Etwas zurückdringen Das heisst Auch wenn sie drauf losrennen Wenn man den Weg so sperrt Dann halten sie an Und man bekommt Eine geschmiert Und genau das Konnt ich nicht äh Machen Weil ich nicht Jogger habe Und genau das muss ich machen Damit ich Platz schaffen kann Dort drin Sonst kann ich keinen Platz schaffen Der Platz ist ja so wenig Und das ist natürlich das grosse Problem Ja Kondola hat schon Problemchen Ja ja Oh wow wow Der hat auch einen weiterer Wurf So Okay warte mal Ich brauche diese Waffe sowieso nicht mehr Nein das ist immer das gleiche Also hier auch So die schönen Sachen Bekommt man immer am Schluss Ja ich weiss selber auch Ich bekomme keine Punkte Ich weiss Ich weiss Ich weiss Ich weiss Ja jetzt geh ich rein Hol mir die Dingsbums da Aber ich spiele hier draussen noch Weil ich zuerst hier 10.000 Punkte brauche Und dann habe ich Jogger Und das geht auch ein bisschen schneller Sonst geht es zu langsam Ich brauche etwa 10.000 Ich brauche etwa 10.000 So hier ein bisschen zu Und hier Also gut eben Wie gesagt Ähm Wenn das jetzt nicht passt Dann habe ich ja schon das erspielt Was passt Da muss ich nicht so blöd herumfragen Da mache ich gleich die 2 Was macht das schon Die 2 Vorschläge So wie ich es Denke Wäre noch was Ja ich bekomme nichts Ja ich bekomme nichts Ja wieso warte ich nicht oder Es braucht etwa 8 Runden oder so Da kommt einfach niemand oder Muss da raus Sonst langweilig So Oh mein Gott Sonst gehts WUH Uh Oh, ich muss hier noch Punkte machen. Ja, ich brauche noch eine Weile. Ah, jetzt ist er dort. Jetzt höre ich dort noch einer. So, fertig. Ähm, ja, 4'000, etwa 10'000 so. Fange ich hier drin mal an. Vielleicht kommen sie, ups. Ja, letztes Mal hat es mich gehabt hier drin. Den scheiss Köttern. Hey, ich habe geschossen. Oh, ich habe keine Muni mehr. Ich muss unbedingt Muni kaufen. Shit, der Besser. So, jetzt passiert es mir aber nicht mehr. Was ist der letzte? Und noch zwei? Nein, der letzte. Okay. Okay. Das haben wir mal geschafft. Ja, ich habe gedacht, anstatt ständig fragen und fragen. Ähm. Ehm. 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 Das mal so raufladen. Das braucht einfach etwas länger. Oh. Damit ich. Den Chagra habe. Schade muss ich alles öffnen, oder? Damit ich Chagra holen kann. Wenn man sonst geht's. Ja, ich treffe nicht Guto. Das sollte sich schnellstens ändern. Oh, endlich! Endlich, ja, ich kann... Uuuuuh! Ah! Mein Gott! Komm, rutsch, schneller, schneller! Schneller, rutsch! Geht weg! Ah, shit! Wow! Schlechter als mit... Oh mein Gott! Ja, erzählt ihr mal, wie das Gameplay läuft. Scheisse! Ha, 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 ha! Ah, ich muss nochmals probieren. Das glaube ich ja nicht. Das war dumm. Dumm! 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 Mann, ich war besser! Ja, dumm! Ah, seht ihr meine Anfangsphase? Ah, wenn ich nur Doppelpunkte früher bekomme... Ups! Früher bekommen hätte... ...hätte, wäre, würde... Ah je, du das glaube ich nicht. Aber jetzt will ich aber das schaffen, du! Ich weiss auch nicht! So ein Pech! Ha! 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 Ich weiss mit dem ersten... Also... Erster Versuch ist es ja nicht. Aber ich meine, der Vorschlag ohne Juggler geglückt. Äh... Ich weiss nicht, wie er es meint. Darum... Wollte ich das andere versuchen. Aber... Äh... Es wollte halt einfach nicht. Ja, ich sollte sie rauslassen. Ich weiss, dann bekommt man eher... ...etwas geschenkt. Aber... Ich will vorwärts machen. Ja, ich bekomme was. Wo... Wo klingt es? Hier. Äh... Wo ist der nächste? Ah, hier oben. Oh, trifft nicht! Ich treffe nicht! Nein, jetzt sind wir fertig. Nein, ich will die 18 hitten, du. Ah, es ist nicht immer das Wollen. Es ist... Hat schon... ...ziemlich viel auch mit Glück zu tun. Ja, ich mache mal hier auf. Wie teuer ist sie überhaupt hier? Ja... Ja... Und dann noch die... Die kaufen 1000. Da habe ich wieder nichts, oder? Wow! Hey, wie... Wie konnte ich ihn nicht erwischen? Wie konnte ich ihn nicht erwischen? So... Jetzt treffe ich die Scheisse. Man, jetzt hatte ich wieder Glück. Jetzt bin ich fast auf den Sack geflogen, ey. Das ich den nicht erwischt hatte. Gut, er mich ja auch nicht. Da geht es ja noch. Ich versuche es so schnell wie möglich. Ah, schön, ey. Und weiter... Macht, kommt! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? So... Ich muss ein bisschen aufpassen auf die Muni, ne? Uh! Ah mein Gott! Also das darf mir nicht passieren. Ah, ich muss nicht nachladen. Äh... Jetzt kommen... Die... Hunde... Ah, ich bekomme nichts. Die kommen immer ziemlich pünktlich. Ich erinnere mich, dass sie nicht pünktlich gekommen sind. Ich muss hier drin sein. Manchmal! Habe ich gew- Uh! Einmal, ich merke... Ja genau, dass sie hier noch... Uh! Hier noch spawnen. Okay, jetzt habe ich gut 4000. Ich muss jetzt einige Lösch... Äh... Einige... Ich fange jetzt wirklich mal hier drin an. Ahhhh... Ich muss einige... Eben hier rein kann ich auch. Ich bin hier blockiert. Schwierig, schwierig! Das tönt so kaputt hier draussen. Äh, jetzt kommen sie schnell. Geschwindig, ich bin hier rein! Schnell! Wäh!!! W employee schon, ich wies. ja machen wir gleich den bum bum ja ich kann gehen 8000 ich sollte gehen können warte mal ja ja ich denke ich denke ich kann gehen ok ich gehe Jogger kaufen ich kann nicht anders das ist schon dumm dumm warte mal 6 sollte 8 oder ich hoffe es klappt ja noch hier nochmals ja es klappt es klappt ok ich mache schon das hier ich will dann bunchen gehen wow jetzt fängt es an dann kauf ich mir dann noch das Bicola das ist ja Logo so jetzt bleibe ich hier drin also ich versuche so weit wie möglich hier drin zu bleiben ah ja ja genau jetzt fängt es eben an ah jetzt verstehe ich die Viecher kommen nur wenn man hier aufmacht muss man hier zu machen ja diese Viecher kommen erst wenn man effektiv das Kino aufmacht sonst kommen sie nicht he kann das sein ich mache noch eine Runde da gehe ich bunchen ah hier ist zu ok mal schauen ob es geht jetzt bin ich auf jeden Fall mal weiter als das letzte Gameplay ah keine mehr ja ist schon ein bisschen problematisch mit Muni so wo lad mal nah seht wie er angehalten er hält eben an seht ihr sie halten an oh shit hab nicht aufgepasst man kann sie anhalten man kann sie anhalten wow ja so natürlich nicht so kann man sie nicht anhalten ha ha mach mal zu he ah nein Bombe nein keine Bombe doch jetzt gibt es ein bisschen mehr Punkte nein jetzt sollte ich gehen unbedingt unbedingt dann gehen äh Spicola Doppelfuer kann ich nicht kaufen ähm weil sonst müsste ich hier aufmachen was ich gezeigt hatte komm laden na laden na laden komm viele äh weiss gar nicht weiss gar nicht wie ich es zuerst zur Sau machen soll he wah so meinte ichs nicht ein Schlag und dann gehe ich weiter dann weiss ich wo sie sind oder und kann mich konzentrieren was was kommt und kann mich anpassen genau ok 11.000 jetzt gehe ich Bunschen Spicola kaufen Spicola kaufen Spicola kaufen Spicola ist natürlich dort hinten irgendwo aber ich gehe mal kurz Bunschen wie man es immer verstehen will äh diese Herausforderung kein Schimmer ich schmeisse hier mal ein bisschen rum ja gewisse also viele Vorschläge sind natürlich so äh das da nur wie soll ich sagen ähm so die Map und äh Waffen und nicht mal die Perks oder teilweise die Perks sind immer sehr unterschiedlich und dann muss ich da selber irgendwie was zusammenreimen ähm was ihr sehen wollt aber äh du so schlimm ist es jetzt auch nicht so ok hätten wir das gehen wieder zurück gut die werden hierher kommen wow ey die geben richtig Gas mit Schlagen hey es kann natürlich sein also dass ich über 18 gekommen bin bin ich auch hier rausgegangen musste raus ich hatte keine Chance sonst mal schauen mal schauen natürlich schön jetzt habe ich gedacht bei mir hinten ist jemand ja jetzt genau äh äh man bis der kommt äh jetzt dachte ich du bist hot gehts noch so ok die Falle hier kann ich auch nicht gebrauchen sonst kille ich mich noch selber Logo also eben hierdurch darf ich nicht gehen ich muss das schaffen hierdurch zu gehen das habe ich lernen müssen jetzt mal schauen wie das geht ich sehe fast nichts man das blindet so mühsam natürlich jetzt ist klar dass man dass ich äh die Leute hier ein bisschen besser kontrollieren kann wenn sie gleich verrecken dann aber dafür habe gekommen die dafür habe ich wo war ich jetzt oh nein ich habe deaktiviert oh mein gott ich habe voll aktiviert ich wollte da zumachen und ich aktiviere das Zeug unglaublich du wie lange geht das Feuer geh zurück Feuer geh weg ich wollte die Barriere zumachen und aktivieren ist das scheisse wo wo Mann das klingt he scheisse der Basse he oh ich habe keine Schüsse mehr oh eben das ist das Problem ich bin kaputt ah es ging nicht ahhh ahhh Aaaaaaah Oje du Huuu, das glaube ich ja nicht So Ja Es klappt mir gar nicht gut Oh Klappt mir überhaupt nicht gut Ist das andere Kann ich nicht kaufen? Weiss was Kann ich keine Money mehr kaufen Für 5000? 4000? Ah Wegen der Falle Ja Ich bin schlecht Es läuft mir schlecht Es läuft mir schlecht Das Timing hier ist nicht so gut Oh Oh Hallo Ja, 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 ich weiss, ich weiss, ich weiss Ich weiss Ah Jetzt bin ich trotzdem hier durch Ah Jetzt bin ich trotzdem hier durch Ah Niemals Oh Oh Madonna Ich brauche unbedingt Speed Cola Nein Nein, ich kann noch nicht Speed Cola kaufen Oh 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 Extrem Extrem Äh Schon viereinhalb 14 Ja Ja Ein bisschen problematisch Ohne Speed Cola Wo sind die? Ja, ich muss trotzdem kaufen Es sind sehr viele, die eben von hier draussen kommen Oh Insolenz mit dir Stern Stern Verflutter Anstau So Und In Die Verflutte Anstau Die Könnt nicht überleben Konzentrieren muss ich mich Hey Oh Da kommen viele Scheisse Oh Oh Ich Uuuuhh Die scheiss Viecher Uuuuhh Jaaa, ich muss sie nicht raus Uuuuua Oh, jetzt kommen die Viecher Ich habe fast keine Ich kann nicht Speed Cola kaufen Scheisse Das ist gar nicht gut für mich Zu früh Nein, 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 nein Uuuuh, kill mich nicht Nein, 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 nein Die Kills nicht, die Saubube Uuuuh Uuuuh Komm, lad mal an Uuuuh 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 Das war scheiss knapp jetzt, hey Uuuuh Ohne Speed Cola, ich hatte Speed Cola bis 18 Also 19 Also 19 angefangen Steht einfach 19. Runden erreicht Aber bestimmter genauer Weise nicht 16 Uuuuh, ich nehme es, ich nehme es Ich bin ja nicht Hirn verbrennt Blöde Uuuuh, wo, 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 wo Das wäre schon cool Oh, fertig Scheisse Weg, 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 weg Uuuuh 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 So, jetzt kann ich Ah, jetzt kann ich quick, äh, Speed Cola kaufen Uuuuh Uuuuh Gut, ich denke bei 18 ist es fertig Weil da kommen so viele aufs Mal dann rein. Ah, hier ist es ja. Ah, da geht es einfach nicht. Wie viel gibt es? Ja, ich kill ihn lieber dort drin. Weil dann spannen sie auch mehr dort. Nein, das stimmt jetzt nicht. Was sag ich für ein Quark? So. Komm, 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 mach zu, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich wegen der Munition nicht zu knapp komme. Ah, das ist jetzt schon das Problemchen. Hier habe ich auch nicht zugemacht. Die kommen schon hin, die Sauböcks. So, okay. Warum brauche ich jetzt lange? Nein, 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 nein. Es sieht nicht gut aus. Ich bin viel zu stark hier rüber gegangen. Ah, ich habe keine Schüsse mehr. Wow! Scheisse! Ich schaffe die Aktie nicht mehr. Es ist vorbei. Oh, nein. Uh, Bombe! Ah. Er hat mit einem scheiss Hals gerettet. Komm, 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 komm. Ja, das ist jetzt nur scheiss Glück. Oh, ich doppel. Ich brauche... Ah, ja, das... Komm schon wieder zurück. Aber ich würde keine Zeit verlieren. ... Boah! 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 Es ist der nicht gestorben, der Sau-Bock. Jetzt habe ich wieder kein Spee-Cola. Aber auf 18 bin ich gekommen, mit Ach und Krach. Ja, jetzt kann ich nicht mehr kaufen. Kann nichts mehr kaufen. Bin am Arsch. Aber triff bitte, triff, triff, triff! Muss so übertreiben! Aaaaaaah! Oh Scheisse! Ja genau so killt es mich letztes Mal. Ich muss aufpassen, wer kommt. Waaah! 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 Mann, ich habe Driff, Boy! Waaah! 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 Ja, 4'500. Arsch knapp, oder? Waaah! 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 Oh pfff! Wow! Jetzt killt's mich noch wegen den... ...Grünzeug da! Wow, ich hab's geschafft! Ich glaub's nicht! Mit Dach und Krach, ey! Ja, hier sieht man nicht wieviel Koss! Mein Gott, ey! Ach, und Krach! Was? Bei 19 kommen die Scheisshunde! Geht's noch? Ja, viel zu früh schmeiss ich das Zeug! Nein, was ist los? Oh mein Gott, ich treffe ihn nicht mal! Ah, das wird heiss! Oh mein Gott! Ein bisschen Haushalte mit dem Zeug! Oh oh! Wow, mit dem letzten Schuss noch! Uuuuhhh! 19 geschafft, oi! Ja gut, auch nur wegen den Hunden! Weil als ich alleine spielte, ähm, und ich zwei oder dreimal raus musste, Waren die Hunde nicht auf 90 gekommen! Waren die Hunde nicht auf 90 gekommen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die brauchen zu viel! Oh oh! Ja jetzt, ich bin zur Sau! Oh oh! Ja jetzt, ich bin zur Sau! Tussli! Was ist jetzt nicht Tussli? Tussli! Tussli! Das wird besser als deine! Ahh! Oh shit! Ist ja nicht mehr! Aaaaaaaii! Aaaaaaah! Nein! Ja, 20, ja. Also wie 19. Nicht schlecht. Bin zufrieden mit mir. Aaaaaaah! Ja, 19 geschafft. Aber auch nur wegen den Hunden. War etwas schlechter. Aber eben bei einem Live-Kommentarien. Live-Gameplay. Muss ich immer wieder sagen. Das wird immer wieder gerne vergessen. Da spielt man. Und das, was rauskommt, das kommt raus. Ich wünsche euch einen schönen und tschüss.